Besonders oft kommen sich Fußgänger und Radfahrer im Rothsiehviertel in die Quere. Die Polizisten sind dort mit einem Anwohner verabredet, der angefahren wurde. Auf dem Weg dorthin schaulaufender Zünder. Der Herr gerade. Fröder ist ja Unfalltod. Er lacht noch. Muss aber bezahlen, wenn er lacht. Hier, auja. Geisterfahrer wieder. Geisterfahrer! Super, danke. Es muss dem Bürger wehtun, ne? Das ist leider so. Das Gesicht kannte ich auch. Die hab ich schon mal gehabt. Schon bezahlt bei dir? Ja. Setzt man manchmal auf Belehrung und nicht auf Strafe? Ne, ne, ne. Heute werden sie abkassieren. Viel mehr, als den Anwohner lieb ist. Was ist dat? Was ist dat? Wollen sie bezahlen, oder? Ich wollte nur einmal rüberfallen. Ne, kostet einmal 20 Euro. Wir sind auch nur hier um, ne? Ja, aber ich darf jetzt trotzdem rüberfallen. Ja, ne, jetzt dürfen sie schieben. Bis dahin, okay? Ja. Gut. Aber es ist eine heiße Ecke hier. Unglaublich. Ja. Der Fußgänger ist nämlich stärker. Wenn ein Radfahrer bei mir entgegenkommt, ich geh da nicht auf Seite. Ich weiß nicht, wenn der mich anfährt, dann weiß ich, dass der mich anfährt und dann mach ich so oder nicht, auf die Fresse. Ich hab höchstens einen blauen Fleck. Vielen Dank.